Hallo und herzlich willkommen bei RoundyFunky17 bei WDR 17. Heute mit Anredo und mir, Basti Masti. Schönen guten Abend. Guten Tag. Anredo, wie sieht's denn aus? Wie läuft denn die heutige Nacht bei dir? Wie sieht's denn aus auf den Straßen von dieser wunderschönen Großstadt in Westdeutschland? Bip. Ja, der WDR 17 Verkehrsservice. Wir haben stockenden Verkehr auf der A4 Richtung Ravensburg auf Höhe der Ausfahrt Mainz-Kastell und Vorsicht auf der A1 Hamburg-München. Dort rollt Ihnen ein Rhönrad entgegen. Bitte bilden Sie eine Rettungsgasse. Bip. Bip. Das ist ja immer so ein Ding mit der Rettungsgasse. Da sind ja auch viele Menschen überfordert in Deutschland. Das ist ja dieses klassische, wie nennt man das, Reißverschlusssystem. Und mit dem arbeitet man ja sehr, sehr gern. Aber viele Leute in Deutschland kriegen das ja nicht so ganz auf die Kette, oder? Das ist richtig. Und auch Johnny Cash hat in seinem Song Ring of Fire davon gesungen. Schönen guten Abend. So. Was ist mit deiner Stimme los, Basti? Du bist ja echt wie so ein Radiomoderator. Ich bin krank. Sind alle Radiomoderatoren krank? Kann das sein? Moderator. Das kann durchaus sein. Ich glaube, die haben so, das ist auch, wir haben ja letzte Woche von der Sat.1 Frühstücksfernsehen-Moderatoren-Schule geredet. Beim Hörfunk ist ja das wirklich noch ein bisschen wichtiger mit der Stimme. Und ich glaube, in der Ausbildung wird wahrscheinlich jeder einmal irgendwie so im Winter in so einen kalten Pool irgendwie geschmissen. Und dann in der Hoffnung, dass die Stimme einfach für immer so rauchig bleibt. So Bonnie Tyler-mäßig. Ja, ja, das ist also, ich muss auch mal ganz kurz mein Setup ein bisschen erklären. Denn ich habe gerade vor mir so eine Tasse stehen. Da ist Zitrone-Ingwer-Tee drin. Aber so eine alte Tasse, weil ich keinen Bock hatte zu spülen, war da noch Kakaoreste drin. So. Und vor mir ist dann noch so eine Klopapier-Packung mit so ganz viel Papier, das ich zum Nase-Schneuzen nutzen kann. Eine Coca-Cola-Cherry-Coke. Das ist nicht mein Favorite-Getränk, aber muss halt auch mal sein. Muss weg. Ja, muss weg. Also es ist halt genau mein Ding eigentlich. Was hast du gemacht, Basti? Du hörst dich gar nicht gut an. Ey, ich habe keine Ahnung. Auf einmal am Donnerstag, ich hatte auf einmal so Halsschmerzen und habe dann schon jedem, natürlich, wie sich das gehört, jedem erzählt, dass ich Halsschmerzen habe, weil ich damit hausieren gegangen bin. Und dachte mir schon, am nächsten Tag bin ich safe krank. Am nächsten Tag war ich des Todes krank. Des Todes. Und musste dann auch immer weiter irgendwie mit der Krankheit leben. Musste dadurch aus dieser Talfahrt ins Leere. Und habe es bis jetzt ganz gut überstanden. Mir geht es auch schon ganz, eigentlich um einiges besser, aber meine Stimme ist halt super heißer. Aber soll ich dir ein Kompliment aussprechen? Ich finde wirklich, die klingt besser als sonst. Seine Stimme sonst ist tatsächlich wirklich sehr tief, auch sehr markant irgendwie. Aber die hier, die hat ein bisschen noch was Herzliches. Das ist so ein bisschen die Wärme, die sonst so nicht so rüberkommt. Die kommt halt jetzt doppelt und dreifach rüber. Und ich glaube, es werte diesen Podcast enorm auf. Herzlich willkommen, RoundyFunky17, an diesem schönen, wir haben noch Juli. Jawohl, heute Montag, der 30. Juli. Ein wunderschöner Tag. Julo. Julo, Julo, wie wir Norddeutschen sagen. Ja. Es ist, ich weiß, ich sage es seit irgendwie sechs Wochen, es ist so unglaublich heiß. Aber es wird ja auch immer heißer. Es geht mir so auf den Sack. Es wird ja auch immer heißer. Ich war heute ohne Witz, meine Freundin war übers Wochenende bei mir und wir wollten uns ins Bett legen zusammen. Also ich weiß, natürlich ist es nicht relatable, ich weiß, ihr seid alle single. Außer die eine Person, die bei der letzten Folge in die Kommentare geschrieben hat, die hat ihrem Freund Roundfunky17 vorgespielt. Und der war erst mal voll genervt, was ich voll verstehen kann. Und jetzt findet er uns ein bisschen witzig. Und da dachte ich mir, komm, ein bisschen witzig, das ist genau mein Ding. Same, ja. Und ich lag mit meiner Freundin im Bett. Fun Fact, ich bin der Freund. Wir lagen halt zusammen im Bett an, Redo und ich, und ich konnte wirklich nur auf zwei Meter Abstand. Nein, ich bin der Freund von den YouTube-Kommis. Meine Freundin hat gesagt, hey, hör dir mal dieses Rundfunk17 an. Und am Anfang war ich total genervt von den beiden. Mittlerweile finde ich es ein bisschen lustig. Das könnte auch eine iTunes-Bewertung sein, sage ich ehrlich. Aber dann mit fünf Sternen dahinter, wie immer. Fünf Mitleidssterne, ja. Alter, ohne Witz. Und wir, wirklich, ohne Witz, versucht es nicht, bei diesen Temperaturen mit Menschen in einem Bett zu schlafen. Man muss wirklich mindestens drei Meter Abstand haben. Schlimm. Ohne Witz, es ist wirklich unfassbar, wie warm es ist. Es ist einfach nicht lustig. Und jetzt muss ich husten. Sehr gerne. Einfach mal alles rauslassen, Sebastian. Kein Problem. Bei mir in der Wohnung ist es auch ganz, ganz, ganz unerträglich. Ich habe keine Dachwohnung. Also bei mir sind noch ein paar Etagen drüber. Aber meine gesamte Wohnung ist quasi zur Sonne ausgerichtet. Also mein Schlafzimmer. Da werde ich quasi morgens... Ja, sozusagen. Immer jeden Sonntag... Das ist quasi mein Ritual. Nein, die Sonne weckt mich quasi morgens. Es kann im Winter ganz schön sein. Die küsst deine Augen. Meine Eichel. Aber es ist meistens nicht besonders schön, weil es zu warm wird. Und dann im Laufe des Tages geht sie über mein Wohnzimmer, über meine Küche. Und ich habe wirklich eigentlich bis jetzt, Montag 18 Uhr, oder eigentlich noch zwei Stunden oder so lange, wie die Sonne noch da ist, knallt mir die sogenannte Sonne ordentlich in die Bude. Und natürlich, wie sich das für eine Großstadt gehört, mittelmäßige Zwei-Zimmer-Wohnung, habe ich natürlich keine richtigen Jalousien oder Außenrollos oder wie man es auch nennen möchte. Sondern einfach nur so Verdunklungsdinge in meinem Schlafzimmer bringt nichts von Ikea. Kauft's euch nicht. Und so latente Billigvorhänge ebenfalls von Ikea. Ikea, schlecht, bringt auch nichts. Ich habe mal eine Frage. Dieses ganze Ding mit diesem Sonne aufgehen, Nordwesten oder so. Ich kann mir das null merken, muss ich ehrlich sagen. Bei mir ist es so, die geht doch im Süden auf oder geht die im Norden auf? Pass auf, pass auf. Ich habe da einen Spruch. Pass mal auf, warte. Ja, okay, hau mal den Spruch raus. Danach erzähle ich mal weiter. Ich weiß nicht ganz, ob er so geht. Vielleicht habe ich auch ein paar Begriffe vertauscht. He, she, it, das S muss mit. Ja, im Osten geht die Sonne auf. Im, so weiter weiß ich, im Süden hält sie ihren Lauf. Hält sie an der Ratschdecke. Mittagslauf. Im Westen wird sie untergehen. Im Norden ist sie nie zu sehen. Im Westen wird sie untergehen, das klingt voll kommunistisch. Ich weiß auch nicht, ob das alles so richtig war. Aber so ungefähr. Also im Osten geht es ja auf. Ich habe so Probleme. Ich habe wirklich Probleme, immer zwei Dinge auseinanderzuhalten. Ich habe dieses Drücken-Ziehen-Ding. Das haben ja sehr, sehr viele. Aber ich kann das sehr, sehr schlecht auseinanderhalten. Oder links, rechts habe ich auch eine miese Schwäche. Oder eben sowas. Osten, Westen, wo geht die Sonne auf? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, dass diese zwei Dinge, die man so auseinanderhalten muss, kriege ich nie richtig hin. Ich glaube, mein Kopf ist mit zwei Dingen überfordert. Bei drei geht es. Bei einem auch. Aber bei zwei völlige Überforderung. Der platzt. Kennst du das, wenn bei Spongebob, so im Kopf von Spongebob alle völlig ausrasten, die Akten verbrennen? So ist es, wenn ich links und rechts auseinanderhalten muss. Ich brauche wirklich erst mal so zwölf Minuten, um halt, wenn ich so Beifahrer bin bei Leuten, dann sagen die so, ja, wo muss ich denn jetzt hin, rechts oder links? Und ich erst mal wirklich am Rattern, wir fahren schon nächste, nächste, nächste Kreuzung drüber. Ich immer noch am Nachdenken. Gerade straight Richtung Libanon. Und dann sage ich erst, ja, wir hätten rechts gemusst. Weil ich es nicht hinbekomme. Am Ende hast du aber doch links gemeint. Und am Ende habe ich wirklich links gemeint. Das ist einfach so peinlich. Und in echt ging es gerade aus. Ja, manchmal ist es so. Das steht auch fürs Leben. Nicht im Spiel. Links, rechts, man weiß nicht ganz, wo lang. Und dann fährt man mal im Kreis und fährt zurück und so. Ja, ja. Aber immer wieder eins hat der Mensch gemein. Montag, 18 Uhr, sitzt er vor dem Hörfunkgerät. Und mir ist am Wochenende in den letzten Tagen so viel passiert, dass ich wirklich wieder meine Notizendatei gepflegt habe und ganz gerne mit dir mal einige Sachen teilen würde. Jetzt haben wir schon angefangen, das Thema Krankheit eigentlich durch dich zu thematisieren. Man hört, du bist nicht, wie man sagt, von dieser Welt. Ich bin nicht normal. Du bist unnormal. Das wissen wir seit über 20 Folgen. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? Keine Ahnung. Irgendwas mit 42 Mark. Und das ist aber kein Problem. Hey, aber können die das mal bitte, warte mal ganz kurz. Können die das mal bitte appreciaten, auch die Zuhörer, dass wir das wöchentlich hier raushauen? Das ist auch Arbeit, wie der Drachenlord sagen würde. Und dass wir immer nur mal ganz kurz um Geld betteln, finde ich auch eigentlich recht sympathisch. Ohne Witz, die fünf Minuten. Die meisten Leute zahlen nichts. Das ist eigentlich auch traurig. So. Naja. Haben wir es jetzt geklärt. Jetzt sind wir aber beide natürlich auch nicht mehr die Jüngsten und man sieht und hört, es ist Obst im Haus und wir sind halt ein bisschen krank. Wir sind ein bisschen krank. Bei dir hört man es, bei mir hört man es nicht. Ich war diese Woche beim Arzt. Wenn, wer mich kennt und du kennst mich ein bisschen, weiß ganz genau, ich gehe zu keinem Arzt. Ich gehe nur zu einem Arzt, wenn ich keinen Ausweg mehr sehe. Und ich kann nicht mal sagen, wenn ich krank geschrieben werden möchte, weil ich möchte nicht krank geschrieben werden. Und ich bin auch, ich wurde bisher seit einem Jahr oder so, war ich nur wegen meiner scheiß Weisheitsszene OP-Dingsbums mal krank geschrieben. Ey, ich sag ehrlich, ich hab nicht mal einen Hausarzt. Ich hab nicht mal einen Hausarzt. Ich hab auch keinen Hausarzt. Ich bin froh, dass ich keinen Arzt habe. Seit ich in die Großstadt gezogen bin, hab ich da richtig Panik vor. Und letztens, ohne Witz, ich bin letztens 23 geworden. Ich hab dann einfach, weil ich halt so Probleme hab, die Post zu öffnen, hab ich dann einfach für einen Monat lang nicht meine Post geöffnet, auch von meiner Versicherung. Die meinten dann zu mir, I'm sorry, aber du bist leider nicht mehr versichert. Ich war einen Monat lang nicht versichert. Ja, das hat sie ja auch schon mal. Alter, ohne Witz. Wir sind so same. Wir waren bald nicht versichert, sind beide so ein bisschen krank, haben keinen Hausarzt. Wir sind einfach alle so ein bisschen dumm. Ich bin auch froh, dass ich keinen habe, weil eigentlich das Modell Hausarzt sagt ja nur aus, was man für ein schwacher Mensch ist. Das sagt ja erstens mal aus, dass man ein Haus hat und das Haus haben wir nicht. Das sagt, nein, überleg mal, das System Hausarzt sagt aus, dass du jemanden hast, zu dem du regelmäßig gehst, weil du krank bist, weil es dir schlecht geht. Also ist, keinen Hausarzt zu haben, ist kein Zeichen von Schwäche, ganz im Gegenteil. Es ist ein Zeichen, dass man ein geiler Boy oder ein geiles Girl oder ein geiler Whatever ist und einfach mit dem Leben klarkommt. Bisher. So, jetzt war ich natürlich. Es wird unfassbar peinlich. Ihr wisst, wenn Twitter-Star Ed Anredo wieder in seine Heimat fährt, fliegt, jettet. Nach Kassel. Wie du sagst, zur Stadt Kassel. Ja, zur Stadt Kassel. Ach, nochmals, apropos Praktikum. Ich war ja zu Hause, habe meine externen Festplatten durchforstet. Ich habe den Praktikumsbericht nicht mehr gefunden. Ich habe Schleim im Hals. Ich dachte, ich hätte das alles besser sortiert. Ich habe auf meiner Festplatte einen Ordner Schule. Da war aber nur, da waren nur die letzten drei Jahre drauf. Da war einfach gar nichts drin. Das hätte ich am geilsten. Einfach gar nichts gemacht. Es war ganz lustig. Es war so ein bisschen, ich war ja hier im Deutsch, Leistungskurs. Alter, weißt du, was geil wäre? Warte. Du hast so den Ordner Schule und dann ist da so ein Ordner, weiß ich nicht, Klasse 10A und dann sind da irgendwie Zeugnisse und ein Ordner heißt nicht öffnen. Und dann öffnest du den und dann steht da bloß nicht öffnen. Und dann öffnest du den, dann steht da Porn und dann drückst da drauf und dann steht da war nur ein Spaß und dann geht das immer weiter und am Ende ist es irgendwie so ein Bild von dir, dass so auf Spongebob Schwammkopf drauf gefotoshoppt wurde. Das fände ich geil. Damals hast du die Geschichte ganz gut wiedergegeben. So war es, ja. Nein, ich habe auch mal aus Neugierde einfach in meiner Festplatte in der, weiß ich nicht, Klasse 11 oder so im Ordner Deutsch geguckt und ich bilde mir ja auch heute noch ein, dass ich so gut war in Deutsch und so, ne? Ja, du bildest dir ja mies was drauf ein. Ich korrigiere auch immer alle und habe auch so das Gefühl gehabt, hey, du warst damals in der Klasse eigentlich immer ein ganz guter. Jetzt habe ich da mal so ein paar Hausaufgaben durchgelesen und habe mich geschämt, was ich dafür einen Quatsch zusammengeschrieben habe. Gerade wenn man das mit den Uni-Maßstäben vergleicht, das war ja nur ein paar Jahre später, aber das ist ja peinlich. Leute, wenn ihr die Chance habt, lest euch mal eure Schulsachen durch und zwar von der Abi-Zeit. Nicht unbedingt Kinder- und Jugendliche-Zeit. Natürlich, da ist man ein Loser. Aber selbst da, wo man schon so, weiß ich nicht, 17, 18 ist oder so, man kann nichts. Ich weiß, die Hörer sind im Schnitt oder die Hörerinnen, muss man ja sagen, weiß ich nicht, 21,3 haben wir gesagt, Jahre alt. Aber Leute, vor zwei, drei Jahren, ihr konntet gar nichts und ihr könnt jetzt auch noch nicht viel mehr. Akzeptiert das bitte. So, sorry, jetzt habe ich sehr, sehr ausgeufert. Eigentlich wollte ich, waren wir beim Thema Arzt. Ich war wieder bei meiner Family und da macht man natürlich alles, was man in der großen Stadt nicht machen kann. Insbesondere natürlich wieder Gassi gehen und so. Wichsen in der Öffentlichkeit und so. Mit meinen Eltern Gassi gehen, das war wunderschön. Also mit meinen Eltern, die habe ich an die Leine genommen. Ja, der Witz ist durch. Und da habe ich gedacht, Ed Anredo, wieso eigentlich nicht bei diesem Wetter mit dem Hund schwimmen gehen? Jetzt ist natürlich die Frage, kann Ed Anredo schwimmen? Ich kann es nicht beantworten. Du kannst es wahrscheinlich nicht. Ich traue dir ziemlich zu, dass du nicht schwimmen kannst. Ich habe auch, also ich kann, ich kann schwimmen. Aber sehr schlecht. Aber sehr, 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 sehr schlecht. Das ist richtig. Fühlig. Deswegen war ich auch nur im See, da, wo man noch so ein bisschen stehen konnte. Ey, ich bin einmal, einmal wollte ich untertauchen in so einem Schwimmbad, habe das versucht, habe es null hinbekommen. Ohne Witz, ich habe die Augen geöffnet. Ich bin rausgegangen, Chlor in den Augen, alles hat gebrannt. Ich habe fast geheult, ohne Witz. Das war das Schlimmste, was es gibt. Ich sage ehrlich, Tauchen und Wasser ist einfach der Krebs, das Krebsgespür unserer Gesellschaft. Und Leute gehen trotzdem gerne ins Wasser. Und ich sage mir ehrlich, Leute, geht weg aus diesem Höllenteich. Geht davon weg, das tötet euch. Das tötet euch und eure Näheren. Das ist auch nicht mein Element, aber so zum Chillen und zum Kühlen ist es in Ordnung. Aber alles, was jetzt an Schwimmen, weil überleg mal, was ist denn Schwimmen? Schwimmen ist fortbewegen in einem Metier, das der Mensch nicht mag. Dass der Mensch, das unnatürlich für den Menschen ist, dass es den Menschen töten kann. Das ist wie wenn ich durch Lava tauche oder keine Ahnung. Ja, also das tötet mich. Und Leute finden das geil, weil das nass ist und so. Ja, kann ich verstehen. Aber mach doch da bitte keinen Sport draus oder keinen Wettkampf. Ja, das ist halt diese Leute. Schwimmen zu können ist nur dazu da, falls man auf hoher See aus dem Boot fällt. Dafür ist es gut, schwimmen zu können. Aber nicht, hey, wollen wir mal schwimmen? Nein, ich will nicht schwimmen. Wasser ist unnatürlich. Wasser, da ficken Fische drin und ich trinke das. Und andere Leute trinken Sperma. Oh, warte mal ganz kurz. Wie wäre das eigentlich, wenn du jetzt, kennst du Avatar, der Herr der Elemente? Selbstverständlich. Welches Element wärst du? Nee, 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 Avatar, der Herr der Elemente. Mit dieser Glatze, dieser Typ. Der Herr der James Cameron, den kenn ich. Den mit dem Pfeil, den kenn ich nicht. Den mit dem Glatzenpfeil, den kenn ich nicht. Oh Gott, da haben wir das schon wieder geklärt. Erzähl jetzt bitte deine Story. Die Story ist sehr lang, weil das Wochenende war sehr lang. Oh Gott, da mache ich tappenweise. Und hatte auch nicht so viele Klamotten dabei. Ja, das kenne ich. Und ich habe die Klamotten, die noch tragbar sind, du weißt, das sind bei mir nicht viele. Die sind halt in meiner Wohnung und bei meinen Eltern sind so die Restsachen, so die Shirts in Größe S mit Garfield drauf und so. Ich habe mir mal in deinen Kleiderschrank reingeschaut und habe da einfach so, die Hälfte des Kleiderschranks besteht aus irgendwelchen Kartonagen. Das ist voll weird. Du hast überall so Kartons mit Dingen drin liegen. Das stimmt gar nicht mehr. Natürlich. In meiner alten Wohnung in Köln, aber nicht jetzt hier. Ja, aber da hattest du auch einen richtig ekelhaften Ofen. Das stimmt. Da war alles ein bisschen ekelhaft. Da musste man nehmen, was man kriegt. Nee, jetzt hänge ich viele Klamotten auf. Aber pass auf. Ich ziehe das Garfield-Shirt an, weil das war noch das einzige. Nee, das war Größe M. Deswegen habe ich es auch genommen. Die andere war halt nur. Ja, Größe N wie normal. Und ich dachte so, ach, mich sieht eh niemand, weil es ist niemand da, der mich kennt. Hier bin ich, anders als in der großen Stadt, werden mich nicht hier ständig Leute ansprechen. Hey, du bist doch Mensch. Und ich gehe dann wirklich ins Wasser mit meinem Hund. Ich habe sehr viel Spaß. Dies, das und auch teilweise sogar Ananas. So, dann würde ich aus dem Wasser rausgehen. Ich war mit meinem Vater zusammen. Und merke auf einmal, wenn ich rausgehe, aus dem Wasser, Etanredo, Aua, mein Rücken tut weh. Und zwar nicht einfach nur so, ich habe, keine Ahnung, mich verletzt, sondern wirklich, ich hatte das Gefühl, ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt, weil ich kannte es nicht. Sowas, wie man sich, glaube ich, einen Hexenschuss vorstellt. Bandscheibenvorfall, sagt man in Deutschland. Ich habe wirklich gedacht, du bist tot. Daraus resultierte, dass ich nicht mehr gerade laufen konnte. Ich bin gebückt gelaufen, ganz, ganz langsam. Aber du hast sowieso Haltungsprobleme. Ich konnte mich, ich war wie Quasimodo, bin ich zum Auto. Mein Vater musste das Auto auf so einem Feldweg vorfahren, einen halben Kilometer, weil ich nicht mehr zum Auto laufen konnte. Ich bin gehumpelt und dann war ich zu Hause mit meinen Eltern und dachte so, okay, scheiße, scheiße, versuch die irgendwie hinzulegen. Nichts ging. Ich konnte mich nicht hinsetzen, nicht hinlegen, nicht hinstellen. Ich konnte nur gebeugt sitzen in so einem, was weiß ich, spitzen Winkel. Heißt das so? Warte, ich gucke mal kurz auf den Teppich. Rundfunk 17, der Glöckner-Cast, ohne Witz. Ich bin zwar Winkel. Und dann habe ich wirklich den Satz gesagt, den ich noch nie gesagt habe zu meinen Eltern. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Richtig. Und dann war ich gesperrt. Nein. Ich habe dann meinen Eltern gesagt, ich gehe jetzt zum Arzt. Ich gehe jetzt zu meinem alten Hausarzt, meinem alten Dorfhausarzt. Für dich so richtig krass. Für dich so eine krasse Überwindung. Und deine Eltern so, ja, dann mach halt. Zum Glück hat meine Mutter angerufen. Hören gerade Johnny Cash im Radio. Meine Mutter hat angerufen, weil ich habe auch keinen Bock da anzurufen. Hast du nicht angerufen? Nee, da bin ich getraut. Boah, same, würde ich auch nicht machen. Besonders, wenn die Mutter da ist. Die kann das ja für einen erledigen. Das soll die mal hauptberuflich machen. Soll der Quatsch. Und da bin ich also zu meinem ehemaligen Hausarzt gehumpelt. Hausarzt oder Kinderarzt? Nee, nee, Hausarzt. Kinderarzt nicht. So schlimm ist es nicht mehr. Aber ich hatte meinen Kinderarzt bis 17, glaube ich. Ich hatte, glaube ich, meinen bis 21,3 oder so. Ich wusste gar nicht, dass es noch andere Ärzte gibt. Ich dachte immer früher, Kinderarzt, den haben jetzt die Kinder, aber den behält man sein Leben lang. Also wenn man erwachsen ist, ist das ein Erwachsenenarzt. Aber ich habe erst viel später gemerkt, dass das voll der Wichser war. Weil der war immer super nett. Der hat mir auch immer Gummibärchen gegeben, weil er Ehrenmann ist. Aber was der mir auch gegeben hat, waren homöopathische Mittel. Und meine Eltern haben das nicht hinterfragt. Und ich denke mir heute so, what the fuck, was hätte passiert, was wäre passiert, wenn ich jetzt irgendwie wirklich krank gewesen wäre? Und die hätten mir irgendwie Globulis reingeschmissen. Das hätte ja nichts gebracht. Dann wären viele, viele Hörer um diesen schönen Podcast herumgebracht worden. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das möchte ich mal dahingestellt lassen. Ja. So, die Geschichte neigt sich langsam dem Höhepunkt und dem Ende. Ich merke gerade beim Erzählen, das ist überhaupt nicht mehr lustig, aber es war in dem Moment einfach total traurig. Erzähl weiter, ich interessiere mich. Ich habe meine Birkenstock-Flipflops, meine Weite, immer noch nasse Badehose und mein Garfield-T-Shirt an. Echt? Ohne Witz? Sitze gebeugt im Wartezimmer, warte, bis ich aufgerufen werde, gehe zum Arzt. Der wiederum, ich habe den nicht verstanden. Klingt vielleicht an seinem schlechten Deutsch, das er hatte. Ich musste dreimal fragen, was sein erster Satz war, was er gesagt hat. Ich weiß es bis heute nicht. Er meinte, hallo. Wahrscheinlich, hallo, was ist passiert oder so. Hat mir auch nicht die Hand gegeben. Das fand ich schon direkt frech. Das war ja schon mal so eine Diskussion, die wir hier in diesem Event-Podcast hatten. Fand ich sehr schlach. Könnt ihr auch wieder reinhören bei Folge 3 oder so. Aber ja, ich dachte so, der spritzt mich wieder fit. Einen Scheißdreck tut er. Hat mir irgendwelche Medikamente aufgeschrieben. Ich habe sie immer noch vor mir hier. Sie heißen... Nein. Das sind potenzielle Werbepartner. Man muss ja die Marke nicht sagen. Das ist ja erst mal ein Wirkstoff. Der Wirkstoff ist... Ja, hau mal den Wirkstoff raus. Diclofenac Natrium. Das ist kein Deutsch. Der hat das bestimmt aufgeschrieben mit seinem gebrochenen Deutsch. Offiziell habe ich eine Zerrung. So, jetzt frage ich mich als Mensch, der keinen Sport treibt und sich kaum bewegt, wo soll mir das bitte herkommen? Ja, eben deshalb, weil du gerade dich bewegt hast. Weil du keinen Sport treibst. Ich war kurz im Wasser. Da hat man überlegt, okay, entweder er trinkt oder er kriegt eine Zerrung. Na ja, gut, Pech. Ist halt nur die Zerrung. Und dann bin ich zur Apotheke, beziehungsweise meine Mutter, ich konnte ja auch kein Auto fahren und nichts, war auch schon Abend und wir haben das gerade noch so bekommen. Dann ist der nächste Fail passiert. Ich sage meiner Mutter, hey, geh du bitte schnell in die Apotheke, ich sitze zu lange im Auto, ich komme, das dauert zehn Minuten, bis ich hier aussteige. Du hast einfach all deine Verantwortung als Erwachsener gemieden. Und was passiert? Was passiert? Es war ja immer noch sehr warm. Meine Mutter sagt, ja, kein Problem. Und schließt das Auto und geht. Ach, warte mal ganz kurz. Ich war wie ein Hund eingeschlossen in dem heißen Auto und ich habe es nicht mehr aufgekriegt. Sie hat die Kindersicherung runtergemacht. Das Fenster ging nicht auf, die Tür ging nicht auf, ich bin fast gestorben. Da gab es letztens so eine Nachricht, irgendwo, ich weiß nicht, in welcher scheiß Kleinstadt in Deutschland ist es auch passiert, da wurde auch ein Kind eingesperrt, das war es wahrscheinlich du. Da musste die Feuerwehr kommen, das aufsperren. Die Eltern, die Mutter ist rausgegangen und ist mit ihrer Freundin aufs Schützenfest gegangen. Und währenddessen hat die das Dreckzeug da drin gelassen. Und dann hat das die ganze Zeit geschrien und wurde dann rausgebrochen. Das war es wahrscheinlich du einfach. Ich habe schon überlegt, scheiße, Ed Anredo, wie kannst du, das ist ja dein Auto, was jetzt gerade hier potenziell vielleicht beschädigt wird, wie kannst du diese Scheibe eintreten ohne dir selber, also und erstens, du bist behindert körperlich, du kannst dich nicht bewegen, du willst aber auch das Auto nicht noch mehr kaputt machen. Alter, richtig gefangen im eigenen Körper. Ich habe dann so, ich habe dann so gedacht, okay, du hältst es aus, das geht bestimmt schnell in der Apotheke und saß dann da so und habe dann fast geheult, habe dann meine Mutter angerufen, weil ich, weil ich einfach, es waren, es waren keine fünf Minuten, aber ich habe da geschwitzt wie Sau und habe meine Mutter angerufen, habe sie richtig am Telefon zusammengeschnauzt, dass sie mich eingeschlossen hat, dass sie sofort herkommen soll. Ja, die war ja nur 30 Meter entfernt mit deiner Mutter um. Die hätte mich fast getötet da drin. Ich möchte aus dem lieben Gruß an die Mutter von Anredo da lassen, ich mag dich sehr gern, lass uns ein Selfie machen, ich wäre auch bereit für ein Treffen im Flirt 16-Chat bei knuddels.de oder etwas mehr, vielleicht auch sechs schreiben, TG-Fragezeichen. Ach Basti, es wird immer geschmacklos sein, die Geschichte ist damit erzählt, mittlerweile war das Garfield-Shirt komplett durchgeschwitzt, ich hatte dann endlich meine Tabletten und dann einen Tag später so, also ich glaube sie hätten, also ich glaube die Tabletten haben ja eigentlich nur diesen, diese Zerrung quasi ein bisschen betäubt, dadurch ging die ja nicht weg, die ist mit der Zeit selbst weggegangen und ich glaube, wenn ich nicht zum Arzt gegangen wäre, wäre das jetzt auch weg, aber ich hätte halt nicht richtig schlafen können und so. Es ging mit der Zeit, ich habe die einfach mal mitgenommen wieder nach Hause hier, die Tabletten, weil weiß man ja nie, weil man die gebrauchen kann. Vielleicht auch einfach mal so, wenn man mal Bock hat irgendwie, so auf Eis oder so, vielleicht auch mal eine ganz geile Partydroge. Partydroge, kann ich versuchen zu etablieren, aber insgesamt im Dorf, es war eine schöne Zeit. Die ganze Zeit, als du von Zerrung sprichst, denke ich irgendwie an Zerro, gab es da nicht irgendwie so ein Meme? Ja, Cola Zerro. Cola Zerro, um was ging es da? Erklär das mal bitte, ich habe das gerade nicht im Kopf. Muss ich heute die ganze Zeit, ich merke schon, du hast keinen Bock so richtig zu reden. Ich kann nicht so viel reden, ich kann wirklich, meine Stimme kackt regelmäßig ab am Ende eines Satzes. Ich erkläre Internet-Memes. Ja, erklär doch einfach, machen mir ein Bild. Cola Zerro-Frau. Es war irgendeine Vox-Sendung, irgendwo, wo hier Tage, so mitten im Leben bei Vox, so ungefähr, wo so Alltag von Menschen erklärt wird. Das war eine Omi, die hat ihren, weiß ich nicht, Enkel oder Betreuer oder was auch immer um den Einkauf gebeten, hat ein paar Sachen aufgeschrieben und wollte Cola ohne Zucker, daraufhin bringt er Cola Light mit und sie wollte aber Cola Zerro. Das ist schon der ganze Witz, relativ lustig. Ich weiß, ich sollte, glaube ich, einen Comedy-Podcast machen, mit der pointierten Art, lustige Geschehnisse zu erklären. Ja, das ist absolut, absolut gut. Und wenn wir sowieso darüber reden, dass wir einen Comedy-Podcast machen sollten, dann ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht, also möchtest du noch irgendwas Spezielles ansprechen in dieser Woche, was dir passiert ist? Weil wenn nicht, dann würde ich nämlich einfach mal ganz, ganz spontan sagen, lass doch einfach mal ein paar Themen von den Zuschauern nehmen und die ansprechen. Das können wir gerne machen. Ich habe natürlich noch sehr viele Geschichten mitgebracht, aber die, also ich spoiler schon mal, ich würde sagen, wir machen erst die Themenvorschläge so ein bisschen. Ich würde die jetzt nicht alle durcharbeiten, weil wir haben sehr viele, aber wir können mal so ein paar durchscrollen und schon mal gucken, ob was dabei ist. Wir werden aber, glaube ich, in den nächsten Wochen noch sukzessive da ein bisschen das abarbeiten. Weil wir machen ja keine Sommerpause, dafür vielleicht ein paar zeitlose Folgen, könnte man sagen. In Klammern, Spoiler, wir müssen mal irgendwann nächste Woche sowas voraufzeichnen, weil wir beide zu viel Real-Life haben. Oh Gott, bitte sag das doch nicht. Dann ist ja klar, dass wir es nicht live machen. Es ist jetzt 18 Uhr, was haben wir? 24, glaube ich. 18 Uhr irgendwas, ja. Sag das doch nicht. Ey, weißt du, was ich so witzig fand? Die Illusion, das weiß doch niemand. Was ich so witzig fand, als irgendwie Leute geschrieben haben, Rundfunk 14 oder so, Hashtag Rundfunk 14, dann kommt der Podcast um 15 Uhr online. So nicht irgendwie witzig, muss ich sagen. Ja, aber ich glaube, wir bleiben bei unserem 18 Uhr. Ich glaube, es hat sich jetzt einfach auch, das ist jetzt so wie das Viertel nach 8 im TV haben wir für das Medium Podcast 18 Uhr zur neuen Primetime erkoren. Akzeptiert das bitte. Also ich habe ein Thema, was ich glaube ich jetzt auch, das ist auch relativ schnell erzählt, glaube ich, und das würde ganz gut hier reinpassen. Das ist halt nicht folgenfüllend, aber das könnte man, glaube ich, mal ein bisschen erzählen. Nämlich, ich hatte jemanden gefragt, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Ich glaube, diese Person meint uns beide und ich glaube, wir können das doch einfach mal erzählen, wie wir beide aufeinander zugekommen sind, wie die Love Story begann und warum wir jetzt. Wo haben wir denn das erzählt? Das haben wir schon mal erzählt in einer der letzten Folgen. Meinst du echt? Ja, klar. Na gut, dann hört euch einfach mal alle Folgen durch, einfach einmal und schaut einfach nach. Ja. Langweilig. Ich wollte doch kurz außerdem, bevor wir in die Themenvorschläge gehen, was spoilern. Und es ist wirklich eine große Sensation. Ich war nämlich gestern, ihr wisst ja, darüber haben wir auch geredet, also irgendwann, ich merke auch langsam, ist auch alles auserzählt. Es ist ja mittlerweile bekannt, dass Twitterstar-Ad an Redo in Klammern 40 Euro TKP vor kurzem der Kirchengemeinde den Rücken gekehrt hat und aus der Kirche ausgetreten ist. Kann man jetzt halten, was man will. Das ist auch gar nicht das Thema. Aber wer hätte es gedacht? Ich war gestern am Sonntag in der Kirche. Ich war ja in meinem wunderschönen Heimatlauf. In der Kirche. Es war kein schöner Anlass, aber es war ein Wunsch eines Verwandten, dass ich dort mitgehe. Also habe ich das gemacht. Du bist sehr, sehr selbstlos bis dahin gegangen. Jetzt erzähl, was du angenehm war. Nee, das würde ich später erzählen, nur so als Spoiler, so als kleiner Cliffhanger mit so einem Schockmoment. So, oh mein Gott, Ad an Redo in der Kirche. Haben die da den roten Teppich ausgerollt für den? Und was hat der da gemacht? Hat der da performt? Oder hat der da die Top-Tweets, die Top-Dschungel-Camp-Entwürdigen-Tweets vorgelesen oben auf der, wie nennt man das, auf dem Freefall-Tower, der da in der Mitte ist? Nein, hat der nicht. Aber das erfahrt ihr in wenigen Minuten. Jetzt erst mal die Themenvorschläge von Sebastian Krankikus-Mast. Alter, ich bin wirklich so krank, das ist unfassbar. Aber ich möchte, guck mal, mir ist das persönlich wichtig. Ich bin ja so ein volksnaher Typ und deshalb versuche ich auch trotzdem abzuliefern. Einfach in einem gesetzteren Ton. Ich versuche euch einfach so ein bisschen vielleicht zum Schlafen zu bringen. Hey Leute, das ist jetzt der Einschlaf-Cast. Der Feierabend-Cast. Ihr könnt jetzt währenddessen einschlafen. Der Feierabend-Cast. Macht euch ein Bierchen auf, trinkt einen Ingwer-Zitrone-Tee, gönnt euch. Legt euch am besten ohne Deckel ins Bett, weil sonst ist viel zu warm. Ihr könnt einen Hitzeschock bekommen. Das wollen wir alle nicht, weil ihr müsst uns noch Geld geben auf Patreon. Und ich hätte... Ich habe auf jeden Fall Probleme mit meinem Hals. Und hier ist ein interessanter Themenvorschlag, nämlich Unterhosen. Welche Art von Unterhosen trägst du aktuell? Wie ich bereits erwähnt habe, sind fast 30 Grad in meiner Wohnung. Das heißt, ich sitze gerade wirklich nur in Unterhose hier. Und sonst nichts, könnt ihr euch gerade schön vorstellen. Und normalerweise im Alltag, das habe ich auch schon mal, also wir drehen uns auch im Kreis. Soll ich jetzt die Marke sagen? Nein, ich muss die Marke nicht sagen. Du bist reich. Ich bin reich. Ich sage ehrlich, Unterhosen sind ein ganz, ganz schwieriges Thema für mich. Also wie das angefangen hat, man hat ja da so komische Unterhosen, so enge getragen. Die so ganz, ganz, die sind wie Slips so ein bisschen. Ja, diese Kinderunterhosen. So fing das so als Kind an. Und dann irgendwann hat man sich emanzipiert. Voll geschissen. Dann ging es los. Dann ging es los so mit Pubertät. Bin ich der Einzige, der als Kind so ein Kotproblem hatte? Ja, natürlich bist du das. Und jetzt überspringen wir das Thema. Die waren immer, das waren immer so weiße. Warum eigentlich Unterhosen immer weiß? Weiß oder dunkelgrau. Und da war immer eine Bremsspur drin als Kind. Ja, bei dir, weil du im Kontinent bist. Was für eine Portion. Oh Gott, Thema Kot. Du hattest wirklich deine anale Phase in der Kindheit, hat dich wirklich durchgezogen bis ans Ende deines Kindes. Jetzt, wo du das sagst, ich hatte als Kind wirklich, darf ich das noch kurz erzählen? Oder ist es wieder zu Geschmacklos zu dem Thema Kot? Bitte lass mich erst mal die Unterhose-Geschichte zu Ende zu erzählen, dann darfst du es gleich aufsparten. Alle denken, ich bin dumm, das kann ich nicht erzählen. Wir müssen das hier chronologisch durcharbeiten. Also, Unterhose, das fing ja an mit diesen komischen Weirden. Und dann hat man sich irgendwann in der Pubertät, hat man sich so ein bisschen emanzipiert von seinen Eltern und hat gesagt, komm, ich trage jetzt coole Unterhosen wie meine Freunde im Sportunterricht. Und dann hat man sich diese ganz weiten Boxershorts geholt aus Seide mit so Garfield drauf und mit so Simpsons. Garfield bitte aus dem Spiel. Ohne Witz, Alter. Da hat man Garfield auf seinem Schwanz getragen. Und das war halt mega. Da hat man sich richtig krass bei gefühlt. Und dann irgendwann hat man auch so gemerkt, ey Leute, das ist es überhaupt nicht. Das ist es null Prozent. Und dann hat man, dann habe ich persönlich dann auch den Entschluss gefasst. Ich gehe jetzt, kann auch auf Amazon und hole mir diese engen, normalen Boxershorts wie jeder, also so, wie heißen die? Hosen? Unterhosen? Trunks? Donald Trump. Diese engen Hosen halt. Diese engen, wo man so, wo es immer so aussieht, als ob man so einen riesigen Schwanz hätte, die so ein bisschen länger sind noch. Und die habe ich dann irgendwann, die trage ich halt jetzt auch aktuell. Aber ich habe das nie so gemacht wie du. Ich war nie reich. Und ich habe dann immer von ASOS oder von H&M oder so, habe ich mir immer so einen Tausenderpack oder so, die mir geholt. So ein Einblickdinger, die man so wie so Taschentücher rauszieht aus der Box. Das Problem ist, und hoffentlich bin ich nicht der Einzige, der das so hat, aber ich habe viele Unterhosen aus meinem Leben, sind immer noch in meiner Unterhosen-Schublade, in meinem Kleiderschrank. Das ist ganz normal. Und das Problem ist, dass wenn meine guten Unterhosen, die von ASOS oder so, die so schön sitzen, wo mein Schwanz groß aussieht, wo ich reich drin aussehe, wenn die aus sind, dann muss ich immer so ganz, ganz Reudige von früher tragen, die viel zu weit sind, die richtig unangenehm sind. Oder wenn du kurze Hosen trägst, musst du mal voll aufpassen, wie du mit den Beinen bist, weil dir sonst jemand auf den Schwanz, also durch das Hosenbein, in den Schwanz gucken kann. Im Knie da vorbei, ja. Ja, genau, genau. Und das ist wirklich ein Hustle. Auch für die 60 Prozent Frauen, die hier zuhören. Ja, das ist unglaublich, dieses Thema. Für die 60 Prozent Frauen, die hier zuhören. Ihr habt das wahrscheinlich auch schon gemerkt und ihr kennt das wahrscheinlich auch, aber ich möchte es auch jetzt nochmal sagen, dass diese ganzen Leute, wenn ihr Männer seht, die so ein bisschen komischen Schritt haben, also die laufen so ein bisschen gebeugt, so nach innen und haben die Hand in der Hosentasche. Da haben die eine Zerrung aus dem Badesee. Die haben eine Zerrung aus dem Badesee und versuchen gerade, ihr Gemächt zu richten, Leute. Das ist der sogenannte Schwanek-Kopp da, den macht man da. Ja, genau. Das ist immer so, man versucht es möglichst sich zu drehen, sich zu neigen, sich zu biegen, damit das irgendwie ordentlich wird, aber es wird nie ordentlich. Das ist das große Problem. Und wenn ihr Leute seht, die so ein bisschen komisch gehen oder so eine unauffällige Geste mit der Hand in der Hosentasche machen, dann wisst ihr immer Bescheid, dass entweder Anredo oder Basti Fantasti sind. Oder eben Leute, die den Podcast hören, dann sprecht ihr auch einfach an und sagt, hey, hast du die geile Story von Anredo in der Kirche gehört letztens? Oder, oh mein Gott, Basti hat wieder einen Obdachlosen getroffen. Ha, ha, ha. Lol, lol, lol. Und dann seid ihr sofort ABFs forever und dann gibt es die Roundy Funky 17 Love Story. Und dann laden wir euch in den Podcast ein. Vielleicht. Ich glaub nicht. Hab keinen Bock auf diese Loser. Ich glaube, es reicht auch mit diesen zwei Losern hier am Mikrofon. Ja. Aber nochmal Thema Unterhosen. Also jetzt haben wir, wir haben diese drei Etappen. Das ist eigentlich so ähnlich wie die drei oder die Etappen beim Thema Schulranzen oder Rucksack. Das ist ein bisschen wie die drei Muskeltiere. Ja, Schulranzen, genau dasselbe. Weil da gab es ja auch so, ey, ich hatte da erst, da war das ungeschriebene Gesetz. Bei mir im Dorf war erst Scout, dann For You. Welchen Scout hattest du? Hattest du den Eckigen oder schon den Gewölbten? Ich hatte, ich war in einer Klasse, in der so etwa Hälfte, Hälfte war. Oder eigentlich noch nicht. Die meisten hatten den Eckigen, ich auch. Aber ein paar wenige Fancy Kids hatten schon diesen höheren. Was hattest du drauf? Ich hatte so Gummibären drauf. Oh, das ist natürlich, das spricht natürlich. In Lila, da kam ich mir ganz, ganz doof vor. Aber das ist ja so weiblich. Die sind auch nicht vegan, ne? Nee, ich hatte auch was, das hat mich auch null interessiert. Ich glaube, ich habe mir den schon selber ausgesucht und so. Aber auch nur, weil der blau war. Bei mir waren da so Raumschiffe und so ein Scheiß drauf. Ich war nie so ein Spaceship-Boy oder so. Aber das war halt einfach blau und sah irgendwie cool aus mit so Lasern und so einem Quatsch. War blau auch deine Lieblingsfarbe früher? Darüber haben wir auch bereits geredet. Du bist so ein Rottyp. Und was die, es ist so ein bisschen die Recycling-Folge. Ja, ich bin ein Rotboy, aber wir haben ... Ja, war ja klar. Oh Gott, wir reden nicht über Farben. Was war dann, was war die nächste Etappe? Dann war die nächste Etappe so fünfte Klasse oder so nach der Grundschule der 4U bei mir. Oder Eastpac. Nee, Eastpac kam danach. Eastpac kam dann so ... Nee, nee, nee. Das war bei mir anders. Nee, das ist aber bei dir dann falsch gewesen. Nee. Ich glaube, da gibt es zwei Abzweigungen. Ich glaube, es fängt immer bei der Basis an. Du kannst nicht von Scout auf Eastpac. Der Schritt ist zu groß. Nee, der Schritt ist einfach zu groß. Nein, nein, nein. Eastpac ist viel zu urban, viel zu cool. Da fehlt 4U dazwischen. Also bei mir war es so, bei mir war 4U, aber den habe ich sehr lang getragen, so. Das ist das Problem. Und dann bin ich direkt zum Eastpac übergestiegen. Und was für ein Eastpac? War das auch nur dieser Rucksack, dieser kleine? Oder hatte der unten schon diese Leder-Applikation? Nee, nee, ohne Leder, ohne Leder, aber der war zu teuer sonst. Und ... Obwohl, doch, ich hatte einen 4U. Fuck my life, doch. Siehst du, siehst du? Stimmt, ich habe doch den 4U-Schritt gehabt. Das ist doch logisch. Ja, hast du recht. Aber ich hatte ... Wie sah ein 4U-Rucksäcker aus? Ich glaube, ich hatte so einen mit einem dünnen Stoff. Mega hässlich. Aber die hat man auch immer so richtig weit unten getragen. Das ist so witzig. Der Rucksack hing hinterm Arsch. Und man fragt dich so, heute fragt man sich so, was war denn da los? Geschwitzt wie ein Badesee mit Zerrung. Ja, das war einfach eine strange Zeit. Aber genau so ... Aber danach kam ja der Eastpac, ne? Und nach dem Eastpac, sage ich ehrlich, gab es so ein paar Leute ... War die Hauptschule auch mal bald wieder vorbei nach dem Eastpac? Der Eastpac, das Ding war, manche Leute sind für immer beim Eastpac geblieben. Das sind die Ewiggestrigen, die nie weiterkamen als Abitur oder Realschule bei mir und dann Industriemechaniker und Chill. Aber manche Leute sind auch weitergegangen und haben dann irgendwann Umhängetaschen gehabt. Nee. So geile Umhängetaschen. Doch, doch, das gab es bei uns voll. Ja, dann so im Abi so Pseudo. Ah, wir haben ja jetzt alles auf unserem iPad und wir brauchen gar nicht mehr so die Bücher mitschleppen. Und diese Tasche, die sieht ja auch viel cool aus. Ey, ich schwöre, ich habe irgendwann gar keine Tasche mehr dabei gehabt. Ich hatte einen Stift in meiner Hosentasche, aber das war's. Ja, damit der Schritt noch ein bisschen mächtiger aussieht in der richtigen Boxershow. Nee, aber worauf ich hinaus wollte, heute werden die Kinder ja auch nicht mehr diese Etappen haben mit Scout, dem Kastenrotz. Das weiß ich nicht. Wir haben doch voll die alten Zuhörer. Die werden auch ... Nein, hey, warte, 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 warte. Wir haben, glaube ich, zwei Lehrer als Zuhörer. Könnt ihr das bitte unter den Hashtag schreiben? Lehrer, die uns hören, könnt ihr bitte schreiben, was ... Oder per Mail, schreibt uns ins Kontaktformular, wenn ihr kein Twitter habt. Kontaktformular oder auf den Hashtag irgendwie sucht euch was aus. YouTube-Kommentare sind auch geil. Am besten YouTube-Kommentare oder Twitter, das hilft uns mehr für den Algorithmus. Lol. Und schreibt uns das mal bitte, weil wie das so aussieht, wie aktuell so die Phase ist bei den Jugendlichen, bei den Kids. Uns interessiert das wirklich auch im Namen von meinen Eltern. Ich finde es auch spannend, wenn einfach die Hörer selbst auch noch mal schreiben, was ihr da so für Etappen hattet. Also bei mir ganz klar die Regel, Scout bis zur vierten Klasse, dann fünfte, sechste, so rum war dann For You. Und dann kam der Eastpack. Und dann kam aber auch noch dieser, wie heißen die? Dakin, Dakine. Oh ja, Dakine, das war auch so ein Ding, ne? Aber das habe ich nie getragen. Hast du das getragen? Ja, habe ich immer noch einen. Nutzt du den auch immer noch? Den hatte ich jetzt am Wochenende wieder mit auf Reisen. Das ist ein guter, so ein Reiserucksack, dafür ist der ganz gut. Der geht eine Menge rein, der sieht nicht ganz so scheiße aus und der ist wirklich recht groß. Also wie man schwankt. Was? Ich weiß nicht, ob du schon mal beim Gewinnspiel mitgemacht hast, aber ich habe damals, als es den Asos Twitter-Account neu gab, da haben die ganz, ganz viele Gewinnspiele gemacht. Und ich habe bei einem mitgemacht und habe tatsächlich etwas gewonnen. Ein Herschel-Rucksack in Rot. Die Dinger sind 80 Euro wert. Ich habe die versucht auf Ebay-Kleinerzeigen zu verkaufen, weil der voll hessig war. Ich meine, der war rot. Bin ich nicht losgeworden, war voll sad. Habt ihr schon mal was gewonnen? Hast du schon mal was gewonnen? Ich habe was gewonnen, ja. Es war so das Scout-Alter, würde ich sagen. Da habe ich bei einem Gewinnspiel bei Quelle, damals gab es ja noch Quelle, auch als Geschäft, der Quelleladen, der Katalog, den gibt es glaube ich noch. Oder nur noch mit Küchen oder so, keine Ahnung. Ja, den Katalog gibt es glaube ich noch. Aber damals gab es auch noch Läden und auch bei uns im Dorf direkt, das war so ein Dorf-Gewinnspiel. Und da habe ich, ich weiß nicht welchen Preis, erste, zweite, dritte, vielleicht war es der dritte oder so. Und habe dann eben einen Gutschein, einen Quelle-Gutschein bekommen im Wert von, was war das so, keine Ahnung, 50 Mark. Naja, sind in Euro knapp 100 Mark. 50 Mark, das hätte ich ja getötet. Da habe ich mir, was habe ich mir ausgesucht? Ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, da habe ich gerade ein Déjà-vu. Was habe ich mir ausgesucht? Was meinst du? Weiß ich nicht, erzähl halt. Eine Hand mit roten, nein, das nicht. Aber ich habe mir ein Kostüm ausgesucht für Karneval oder für Fasching. Ein Superman-Kostüm? Ja, da siehst du wieder meine psychische Störung, die sich schon sehr früh bemerkbar gemacht hat. Moment, was für ein Kostüm kannst du nochmal wiederholen? Superman, der fiktive Superheld aus dem Marvel, ist das Marvel-Universum? Nein, ich glaube nicht. Ja, den habe ich mir gegönnt. So richtig mit Umhang und so Fake-Bruskmuskeln, natürlich. Hast du die süße Luise aus der Nebenklasse dann abgeschleppt im Super? Naktarina, ich habe Naktarina am Klettergerüst richtig beeindruckt. Den Hof gemacht, den Hof gemacht. Auf jeden Fall. Ja, das war so mein großer Gewinn, ansonsten auch eher nicht. Aber ich wollte nochmal, nachdem du mich jetzt ungefähr 700 Mal unterbrochen hast, das Thema. Ich finde also, liebe Hörerinnen und Hörer und Zuschauerinnen und Zuschauer, ich möchte gerne eure Schulranzen-Rucksack-Historie erfahren und auch eure Unter-, ist das krank? Ich möchte eure Unterwäsche-Historie erfahren. Ja, ist es. Ist es bei minderjährigen Hörern, ja. Aber ich fände es spannend auch zu wissen, junge Leute, fangen die jetzt mit den Unterhosen, machen die das auch so, wie wie, dass die dann erst mit den Weiten anfangen? Oder sind die immer in dem, was gerade auch sonst im Trend ist? Die, keine Ahnung, 20-Plus-Jährigen haben jetzt enge Boxershorts mit irgendwelchen, wo man die Marke fett sieht, damit das beim Bücken jeder sieht. Haben das jetzt dann 14-Jährige auch oder haben die trotzdem diese Phasen? Das ist eine gute Frage. Das ist eine wirklich sehr, sehr gute Frage. Vielleicht haben die jetzt auch alle Umhängetaschen. Ich glaube nicht, dass jetzt so ein Achtklässler-Typ mit seinem Eastpack oder so rumläuft. Die haben dann auch so Umhängetaschen und so Bauchdinger. Ach, weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Was mich aber auch interessiert, das ist auch wirklich geschlechtsneutral, möchte ich auch mal sagen. Weil, wie das bei Frauen abläuft, ist ja für uns jetzt. Wir beide sind ja, ich will nicht sagen, männlich. Nein, sag das nicht. Wir sind ja, ich möchte es ungern sagen, aber wir sind ja Männer. Sagen wir mal so, wir haben keine Scheide. Wir haben grundlegend mal keine Scheide. Und dementsprechend würde mich auch sehr, sehr interessieren, wie das bei Frauen abläuft. Weil ich glaube, die haben ja wahrscheinlich auch so eine Evolution hinter sich. Die haben ja nicht sofort angefangen, Tangas zu tragen. Ne, Plural ist Tangen. Dann funktioniert das ja gar nicht. Tangen. Tangens. Warte, ich gucke doch mal kurz. Tangens. Oh Gott, nein. Die Formel liegt bereit. Ja, das ist, ich weiß auch gar nicht, was bei den Girls gerade so in ist. Da habe ich auch weniger, also da würde ich auch weniger Evolution mal unterstellen. Weil. Das würde ich nicht unterstellen. Da gibt es halt auch, bei Frauen wird es halt beim Thema Wäsche dann auch sehr schnell so, so sexy, weißt du, so sexy Jungswäsche gibt es auch nicht so richtig. Oder zumindest ist es mir nicht bekannt, dass man sich da so besonders herrichtet oder so. Und Frauen haben dann schon so, ach, das ist meine gute Unterwäsche, hier für das Sexdate ziehe ich jetzt die gute Unterwäsche an. Ich habe nur gute, weil ich reich bin. Ey, das Ding ist, ich finde das auch so ein bisschen komisch. Da habe ich mir auch schon öfter mal Gedanken gemacht, weil Frauen haben es ja doch, ich sage mal, es liegt sehr, sehr nah, auch gesellschaftlich vorgelebt, dass sie den Partner des Begehrens, ich sage mal, verführen können mit sexy Unterwäsche und sowas und damit sehr, sehr attraktiv. Moment, 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 nicht verführen können, verführen müssen. Nein, können, Alter, hör auf. Mehrmals in der Woche müssen sie davon Gebrauch machen und ihren ehelichen Pflichten, ihren ehelichen Pflichten nachkommen und sich zur Verfügung stellen, dass der Mann einfach auch das Leben lebhaft hat. Und jetzt mal an die 67% Girls. Die finden das lustig. Das ist Humor, das ist Comedy-Podcast. Wenn jetzt theoretisch Anredo und ich vor euch stehen würden, wie müssten wir uns Anziehen geben, damit wir auf euch sexuell anregend wirken? Also mich persönlich interessiert das. Auf jeden Fall das Gesicht verdecken, glaube ich. Gesicht verdecken wäre, glaube ich, sinnvoll. Aber wie könnten wir noch, soll ich eine Obdachlose-Geschichte erzählen? Brecht damit das Eis? Oder sollen wir uns direkt ausziehen? Also nicht jetzt, also fühlt euch, ich möchte das rein hypothetisch. Das hat nichts mit sexuellen Belästigungen zu tun oder so. Ihr hört ja, meine Stimme ist sehr heiser. Deshalb könnt ihr mir vertrauen. Ich wirklich, ehrlich, ich möchte es einfach wissen. Auch für meine Freundin, weil ich möchte ja auch ein bisschen, weiß ich nicht, den Busty-Man, den Buster zeigen und so ein bisschen, ne? Du weißt schon, so ein bisschen. Ich schäme mich so. Das ist die schlimmste Folge ever. Können wir die noch löschen während der Aufzeichnung? Es ist wirklich, oh Gott, du wustest die ganze Zeit rum. Es ist, wir haben gleich wirklich, oh Gott, das gibt's nicht. Ich glaube, ich... Ja, das ist halt der Krankheitskast. Ich glaube auch... Ich bin auf dem Fieber-Delirium. Thema Krankheit. Ich fand es gestern in der Kirche sehr, sehr krank. Ich hab das schon erzählt. Ich habe mal wieder, ich hab wirklich überlegt, Ed Anredo in Klammern Twitter, blablabla. Wann warst du denn zuletzt in der Kirche? Und ich weiß es nicht, weil ich auch jemand bin, der selbst... Also, ich war ja bis vor kurzem noch Teil der Kirche quasi. Oder wie nennt man das? Ja, du bist der Coolste hier jetzt. Hör auf, das zum Fünfmal, diese Folge zu erwähnen. Ja, aber war aber trotzdem auch nicht Weihnachten und so. Es gibt ja diese typischen, die mit ihrer Familie als Ritual dahin gehen. Habe ich nicht. Das heißt, mein letzter Gang in der Kirche, also gerade auch in dieser Kirche da im Dorf, liegt, ich würde fast sagen, zehn Jahre zurück oder so. Also wirklich sehr lang. Ähm, uff. Deswegen war das ein komisches Gefühl. Aber wie gesagt, ich hab's, war es jemandem schuldig sozusagen. Und es war aber so ein normaler Gottesdienst eigentlich. Und dann hab ich erst mal dieses ganze Modell hinterfragt. Und dann ist mir eingefallen, während dieser Gottesdienst quasi abgehalten wurde, allein auch diese Begriffe Gottesdienst, ist mir eigentlich... Alter, ich fiel grad, wie du aus der Matrix ausbrichst. Ist mir aufgefallen, Rundfunk 17 ist der Gottesdienst für die Ohren. Merkt euch das. Denn es ist nichts anderes. Jemand steht vorne und textet euch voll und erzählt Geschichten, die teilweise komisch klingen und unangenehm sind und einem am Ende immer nur mit einem Fragezeichen hinterlassen. Und alle anderen sitzen still da und nicken und sagen, ja, so, Amen, so sei es. Ja, das ist wahr. Aha, okay. Und jetzt geh ich nach Hause. So, wir sind ein Gottesdienst. Und dann hab ich dieses... Dann schreib doch einfach mal Amen unter den Hashtag, wenn ihr bis hierhin gehört habt. Amen. Es war wirklich sehr, sehr interessant, das zu sehen, was da... Also, ich will das auch gar nicht... Ich find das auch nicht alles scheiße. Ich glaube unter anderem wirklich, dass manche Geschichten und so sind auch bestimmt ganz spannend zum Erzählen, so, ne, Psalme und whatever, aber es sind halt eben Geschichten. Und ich glaube, es würde sich viel mehr eignen, eine Diskussion daraus zu machen. Also, wenn dann der Pfarrer oder die... Alles ein bisschen eingeschlafen. Auch mit der Orgel und so. Man könnte das aufpeppen. David Guetta oder so. Ja, mit dem Keyboard oder so. Ja, ohne Witz David Guetta oder hier. Avicii kann doch auch, das kann er doch auch. Ja, aber in der Kirche könnte der natürlich auch das nochmal auflegen, auferlegen. Das ist geschmacklos. Das ist nicht geschmacklos. Ich find das voll witzig. Ich hab vor so Zwischenrufe. Der Typ da vorne, der weiß ich nicht... Betrug, Betrug! Der Lehnsherr, der Führer vorne steht und sagt irgendwas und dann ruft man so dazwischen und im Schall, im Hall, durch diese ganze Kirche geht das so voll unter und man kriegt gar nichts mit. Man kann das einfach... Man kriegt nur so ein Gewülz aus Worten vorne so zurück... Wie nennt sich das? Hört man? Posaunt. Zurückposaunt. Nein, aber ich hab halt gedacht, das ist gar kein Scherz von mir. Natürlich ist es ein bisschen übertrieben mit David Guetta und so, aber ich glaube, man könnte es wirklich ein bisschen revolutionieren. Dann hab ich aber überlegt, für wen denn? In dieser Kirche sah ich fast der Jüngste. Da saßen nur alte Leute. Und du bist alt. Und ich bin alt. Ich bin über 21,3. Das heißt, entweder man hat das Ziel, das zu verjüngen, oder man vergrault die Alten. Gut, die Alten vergrauen sich irgendwann selbst. Die können mal auf den Tacho gucken. Da bleibt nicht mehr viel in den meisten Fällen. Aber das ist nun mal oft der Kern derer, die da halt hingehen. Und ich glaube, es wäre viel spannender, wenn es eben nicht so frontal wäre, dass jemand steht und Geschichten erzählt und alle, es war so, es war so, Oh, jetzt arbeiten alle im Projekt mit Prenzlauer Berg. Es war so Brainwash. Der steht da und sagt, Ja, und hier, und Jesus ist gestorben und für das und dafür gestorben und wir sind alle scheiße und irgendwann werden wir das alles schon verstehen. Und dann, Amen. So richtig hypnotisiert, unreflektiert, statt einfach mal zu sagen, Ja, okay, was bedeutet die Geschichte? Was kann ich da für mich, was kann ich da rausziehen? Also irgendwie das ein bisschen persönlicher machen. Hast du auch gesungen? Nein, ich habe das Gesangbuch aufgeschlagen und habe natürlich auch mitgelesen. Das war auch so ein Ding, dass da muss man, glaube ich, auch, ich habe das auch nach dem fünften Lied irgendwann verstanden. Das ist ja teilweise so komisch geschrieben, dass es eben nicht, Das ist ja auch kein Deutsch, ne? Dass der Text nicht chronologisch von oben nach unten geht, sondern ganz oben ist einmal der Text mit den Noten, mit der Melodie. Die zweite Zeile wiederum, musst du aber sofort singen und dann singt man auch. Dann heißt es, wir singen oder wir singen nun 314, die Verse 1, 8, 4, 16, 21 und alle Primzahlen. Und dann geht es los. Und ich denke so, was, das hat sich doch jetzt keiner gemerkt, welche Verse und so weiter. Und alle können die Melodie? Woher können die das? Da gibt es tausend Lieder da drin und alle hören so, und der Herr hat uns geleitet. Und auch diese Melodie, das ist so gruselig. Wieso kann man das nicht ein bisschen so fröhlicher machen? Die ganze Stimmung, grundsätzlich, wie bei uns im Podcast, die Stimmung ist scheiße. Ja, okay, hat das was damit zu tun, dass man sagt, ja, Jesus ist für unsere Sünden gestorben und deswegen müssen wir traurig sein? Wieso muss ich immer sonntags in der Kirche traurig sein? Ohne Witz. Ich glaube, auch die Kirche hat ein Problem mit Religion und Anal. Ich versuche dich jetzt mal als Person einzuschätzen. Du hast im Prinzip die heilige Dreifaltigkeit in dir. Die Kirche, Trash-TV und Code. Das sind so die drei Themen, die dich als Person interessieren. Und das merkt man immer wieder. Du guckst den ganzen Tag Trash-TV, du regst dich andauernd über die Kirche auf, sobald du einmal das Wort hörst und du bist nie über deine anale Phase im Kleinkindalter hinausgekommen. Darf ich was zum Thema anale Phase sagen? Jetzt, wo wir gerade bei Kirche waren. Ich kann euch jetzt erzählen, Ich möchte eine Psycho-Analyse über dich machen. Ja, komm. Also das Ding ist halt, ich sehe, dass du einfach irgendwann im Leben, ich will nicht sagen gestoppt hast, aber du hast angehalten. Du hast einfach aufgehört, weiter dich zu entwickeln. Du bist im Prinzip auf der Scout-Phase stehen geblieben. Deine Unterhosen sind viel zu eng. Viel zu eng. Ich sag's dir ehrlich, du kommst nicht weiter und du musst einfach dich selbst neu erfinden. Du musst vielleicht zu Gott finden, vielleicht auch nicht, aber du musst etwas tun. Vielleicht neue Bücher lesen. Hast du Nietzsche gelesen? Nietzsche ist mega. Oder so, weiß ich nicht. Lies. Hannah Arendt. Oder, weiß ich nicht. Masturbiere dreimal am Tag so, um irgendwie davon wegzukommen, von diesem Ding. Du brauchst einfach neue Dinge im Leben. Vielleicht auch Freunde. Irgendwas funktioniert da nicht. Vielleicht, vielleicht. Vielleicht fehlt wirklich irgendwas. Aber irgendwann, Bastus, werden wir die Erleuchtung spüren. Denn Jesus Christus, unser Herr, ist gestorben für unsere Sünden oder so was. Das ist das, was bei mir hängen geblieben ist. Ja, und der Heilige. Darf ich denn die, darf ich denn die anale Phase nochmal kurz begründen? Weil ich könnte jetzt, ihr habt recht, ich hab mich damit auseinandergesetzt. Viele Leute haben geschrieben, es geht oft um Code und irgendwas stimmt nicht bei Ed Anredo. ich weiß, was nicht stimmt. Ich hatte als Kind wirklich Probleme mit dem Scheißen. Es ist wohl ein psychisches Problem. Ich hab das nochmal, ich hab mich mit meiner Mutter drüber unterhalten, weil ich dafür dann auch beim Arzt war, wirklich als, keine Ahnung, Fünfjähriger. In der Windel war alles super. Ich hab aber die Windel quasi bis zum 19. Lebensjahr fast, nein, ich hab die relativ lang, Ah, das war gar kein Gag. Das war gar kein Gag. Ich hab die relativ lang getragen, weil ich wirklich, und das ist scheinbar, das hat auch so einen Namen, ich hab's wieder vergessen, wie es heißt, irgendeine psychische Störung hatte. Ich wollte meinen Code, ich wollte meinen Code nicht hergeben. Ich hab quasi, ich hab quasi oft, wenn ich auf dem Klo saß, als weiß ich nicht, drei, vierjähriger, hab ich nicht, wie ein normales Kind, das Schokoladenauto einfach mal hupen lassen und ein kleines Bratwürstchen gemacht, sondern hab gedrückt und es kam nichts und es war angespannt. Und was hab ich dann gemacht? Leute, erzähl das nicht weiter, das ist kein Scherz. Ich habe dann mal neben die Toilette gekackt. Neben die Toilette und da ging es. Und ich hab halt einfach, ich konnte das halt einfach nicht loslassen und wegspülen sehen. Da ist quasi, daher rührt dieses Problem mit dem Code. Das tut mir leid. Es ist unangenehm, ja, aber es ist wahr. Das ist der bodenständige Rundfunk 17 Comedy Podcast mit ernsten Code-Elementen. Alter. Alter. Und es ist wirklich wahr und erzähl das bitte nicht weiter. Ich brauch ne Pause. Das hat so einen Namen, das ist wieder irgendein Syndrom. Leute, ihr habt doch hier, dieser Podcast ist doch nur mit Gestörten. Das wisst ihr doch auch. Es tut mir doch leid, akzeptiert das doch. Wir versuchen relatable zu sein. Das ist nicht relatable, wenn man irgendwie so ne, wenn man, ohne Witz, wenn man krankhaft seinen Code behalten möchte und ihn nicht hergeben möchte, dann ist es nicht mehr relatable. Ohne Witz. Bitte, bitte hört auf, diesen Podcast zu hören. Das endet nicht gut. Und supportet den Jungen bloß nicht in seinen Code-Geschichten. Bloß nicht. Er macht immer weiter. Ja, Basti, apropos Thema Support zum Thema Code. Es ist jetzt schon zwei Folgen her, da habe ich die Code-Wette ausgerufen. Ja, was waren dir die Ergebnisse? Aus Gag habe ich gesagt, Leute, bewerbt euch doch. Nochmal zur Erinnerung, bei meinem Urlaub hat sich niemand beworben. Als es jetzt um das Thema Code ging, kamen wirklich dutzende Mails. Zum Beispiel, Lukas, würde mich gerne für die Code-Wette bewerben. Was muss ich tun? An welcher Adresse soll die Probe geschickt werden? Oder Julia, betrefft scheiße Geruchstesting. Lieber Anredo, gern wollte ich mich auf deinen tollen Aufruf melden und mich als Kandidatin für ein scheiße Geruchstesting melden. Das war schon immer ein großer Traum von mir. Und bereits als kleines Mädchen habe ich Bohnen- und Käseessen dem Tag entgegengefiebert. Und so weiter. Oder hier, wollte mich, wollte fragen, wohin ich meinen Code schicken kann. Und so weiter. Also die Leute fragen wirklich ernsthaft. Ich frage mich eine Sache. Ich frage mich eine Sache. Wie fühlt man sich als Person, wenn man einen Aufruf zu einem gemeinsamen Urlaub macht und sich da gefühlt zwei Leute melden. Und das auch nur ironisch. Nein, da hat sich niemand per Mail gemeldet. Das waren zwei Leute bei Twitter, die so aus Gag gesagt haben, ha, 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 ich war am Dom und niemand war da. Ja, ja, so richtig ironisch. Aber jetzt sagen ernsthaft Leute, ey, ich würde gerne bei dieser Code-Wette mitmachen. Entweder die Leute können voll relaten zu der Story, die du gerade eben erzählt hast. Natürlich können sie das. Du hast einfach ein Problem mit deiner, Code, da kommen wir alle her, da gehen wir alle hin. So soll es sein. Amen. Guck mal, ohne Witz, ich bin ja auch immer so ein bisschen asozial. Ich bin immer so ein fieser Typ oft und ich komme mir auch öfter mal sehr vulgär vor. Aber ganz offen, das, was ich tue, ist ja nichts gegen deine Vulgarität. Aber das ist doch nicht vulgär. Das ist doch nicht vulgär. Code ist was ganz Normales im Leben. Jeder geht scheißen. Jeden Tag. Und nie wird drüber gesprochen. Das ist ein Tabu. Wir reden hier ständig. Wir haben hier, ha, 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 Freundin verführen und ha, 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 Schwanz. Mein Schwanz sieht fett aus in der Unterhose. Aber das Thema, das Thema Code ist auf einmal ein Tabu. Ja, ich rede hier nicht davon, dass wir das alles essen sollen und jetzt irgendwie auf unser, weil wir Veganer sind, irgendwie auf unser Avocado-Toast schmieren. Sondern es ist Teil des Lebens. Es stinkt. Es hat eine komische Konsistenz. Aber man scheißt am Tag. Nein, es ist Teil vom Leben zu sagen, wir scheißen alle, alles ist gut und wir wollen das auch nicht weiter thematisieren. Das hat sich damit gegessen. Und alle sind cool damit. Wir haben sie eben nicht gegessen. Außer du, Anredo. Du bist nicht cool damit. Du musst im Prinzip die ganze Gesellschaft triggern, indem du versuchst, irgendwelche tief in uns verankerten, ich sag mal, Antipathien aufzuwecken, um irgendwie, weiß ich nicht, diese Welt brennend zu sehen. Es ist einfach nicht gut, was du tust. Du versuchst halt der Obrigkeit, den Illuminaten, Rothschild. Weißt du, was die Rothschilds sind? Kennst du, kennst du, kennst du, äh, Adam Weishaupt? Der wird grad sehen, der wird grad auf diesen Podcast hören, ohne Witz, der hört den gerade und sagt, Anredo, der steht auf unserer, äh, Abschussliste. Direkt neben Amy Winehouse, Kurt Cobain, Adam Scheißhaus, machen wir zusammen bald den Codecast, das wird ein neuer Comedy-Podcast und das wird mein neues Steckenpferd für die Zukunft. Ich werd das jetzt auch mit dem Rundfunk 17, ich find das auch nicht mehr lustig, die heutige Folge war wieder mal mittelmäßig. Ich werd jetzt ein separates Code-Ding machen. Mach halt. Die Leute werden zu mir pflüchten, heißt das, glaub ich, ne, mit PF. Pflücken. Weil, äh, das, das ist das Kern, Element dieses Podcasts bisher gewesen rund um 17. Du schreckst die Obrigkeit auf. Ach, was für ne Obrigkeit. Hör nur Loser zu. Der Trick ist es, der Trick ist es, dass wir irgendwann von den Illuminaten aufgekauft werden, dann werden wir auch selbst Freimaurer und dann werden wir reich. Hör doch auf damit, verdammt. Okay, Thema Reichtum. Das war noch ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Ich hab überlegt, ähm, es wird jetzt relativ heiß im Sommer. Ich hab's, glaub ich, auch schon mal in den letzten Folgen erwähnt. Ich muss ja noch für meinen Urlaub, ich hab jetzt einen Urlaub geplant, geil, geil, Malle, nur einmal im Jahr. Oh Gott. Und dafür werd ich noch ein paar Sachen kaufen, aber nicht nur für den Urlaub, sondern ich möchte eine Aktion ins Leben rufen. Du wirkst zu reich. Ich möchte, dass wir uns alle für die nächsten Tage und Wochen Ventilatoren besorgen. Alter, die sind alle in Darmstadt ausverkauft. Alle. Deswegen, Hashtag Werbung, kauf das doch über Amazon, über unseren Amazon-Ref-Link, dann kriegen wir ein kleines Provisionchen und wir machen daraus die Aktion Rundfunk 17 Grad und wir kämpfen dafür, dass es wirklich angenehmer in euren Wohnungen, in euren Kinderzimmern, in euren Stübchen, in euren WG-Zimmern, wo auch immer wird, kauft euch, wenn ihr noch keinen Ventilator habt, über den Amazon-Ref-Link auf rundfunk17.de unter Rundfunk 17 Beitrag oben im Menü, kauft euch da einfach, macht den Warenkorb voll, vorzugsweise einen Ventilator und ich gehe mit gutem Beispiel voran. Ich werde das nämlich jetzt machen, die Tage, weil ich halte es einfach in dieser Bude nicht mehr aus. Aber seid bitte vorsichtig, richtet den nicht direkt auf euch und nicht auf den Hals, sonst könnt ihr auch so heiser werden wie ich, dann klingt ihr wie der WDR 17 Moderator von Rundfunk 17 und das will ja niemand von uns. Also nicht auf den Hals und aber auch nicht auf den Rücken, weil sonst gibt es eine Zerrung, also müsst ihr gucken vielleicht einfach indirekt auf die Füße oder so. Ja, einfach auf die Füße zum Beispiel oder ins Gesicht vielleicht oder ihr macht so die Zunge raus und dann fließt der Wind gegen einen und dann sieht man so aus wie so ein Hund. Das wäre auch so ein Ding. Ihr braucht ja auch diesen Instagram-Filter nicht mehr, das ist auch ein Vorteil. Richtig, genau so sieht es nämlich aus und so habt ihr 15 Fliegen mit einer Klappe geschlagen, die gibt es ja auch nicht mehr, weil die fliegen ja weg, die werden ja durch den Windtunnel nach draußen befördert, durch den Ventilator. Zum Beispiel dieser eine da von Dyson, der nicht mal solche Rotorblätter hat. Oh, der ist so teuer, der ist so teuer. Sagt das doch nicht, kauft ihn, der ist mega, der macht auch nicht so laute Geräusche. Ihr wisst ja ganz, ganz genau, wenn ihr schlaft, dann habt ihr so ein Ventilatorgeräusch, das blendet man irgendwann aus. Klar, natürlich, das ist trotzdem dann angenehm zu schlafen, aber Leute, dieser Dyson-Ventilator, also wirklich, das ist Quality aus tausend und einer Nacht. Ich sag's euch ehrlich, kauft das Ding über unseren Amazon-Rev-Link und supportet uns, wenn ihr uns gut findet, bei Rundfunk 71. Der Comedy-Podcast, ja. Der Comedy-Podcast. Du hast ja auch in der letzten Folge, sorry, wolltest du noch irgendwas Unlustiges sehen? Du hast ja in der letzten Folge auch aus Versehen genannt, wie dein Wohnheim heißt, daraufhin haben sehr viele Leute das gegoogelt und sind von den Mieten schockiert. Auch ich hab's natürlich mal gegoogelt und mir ein paar Bilder angeguckt, sieht ja wirklich, wie man im Volksmund zu 4U-Zeiten gesagt hat, Schnieke aus. Ja, ja, also ich leb hier schon auf hohem Fuße. Auf großem Fuße. Ups. Naja, gut, Peinlon. Aber bei mir fängt es jetzt langsam an, die Bude, ich wohne jetzt nicht mal seit einem Jahr hier und ich stelle jeden Tag, ihr wisst wie das ist, wenn man in einer Wohnung länger als 2 Wochen lebt, man guckt sich das alles ein bisschen genauer an und irgendwie gefällt's einem nicht mehr. Nicht nur die Wärme ist ein Problem, einen Tapeten wechseln oder wie? Die Bude geht langsam kaputt. Ich kann mir keine neuen Tapeten leisten. Du hast 15 Löcher in deiner Scheißwand wegen dem doofen Playboy-Kalender. Nicht 15, es sind fast 50. Warum nicht Rundfunk 17? Also, ich hab ein Problem und zwar geht's schon damit los, der Wasserhahn an der Spüle, der muss, der ist undicht. Da würde ich ganz gerne mal... Das hier ist nicht, ohne Witz, ohne Witz, das hier ist nicht der Klempner-Cast. Das hier ist, nein, du kannst doch, der ruft doch einfach da an beim Scheißvermieter oder so, mach das doch. Ich hab aber keinen Bock, jemanden anzupfen. Ich mag anrufen nicht. Ich mag anrufen nicht. Das interessiert doch hier niemanden. Wir haben ja auch irgendwie fast 30% Jungs und bekanntlicherweise sind ja Jungs handwerklich begabt. Ausschließlich, glaube ich, Jungs. Bekanntlicherweise ist das nicht richtig. Anredo, hör auf mit sowas. Ich werd hier wahnsinnig. Du und dein Kot, dein Sexismus und so weiter. Frauen können gucken wegen Blumengießen bei mir, mit Kokosöl einreiben und so. Aber jetzt mal kurz gerichtet an die Jungs, die ja alle automatisch, weil sie Jungs sind, handwerklich begabt sind. Ich bin null handwerklich begabt. Ich bin grobmotorisch veranlagt. Die Frage, ob du überhaupt ein richtiger Junge bist, würde ich mal in Frage stellen. Ja, okay, Alter. Hör dir mal die Stimme an, das ist peinlich, vielleicht wie du dich gerade benimmst schon wieder. Wer bist du überhaupt? Mit wem podcaste ich hier eigentlich? Kottcasts. K-O-T-C-A-S-T. Und jetzt ist meine Frage, die Dusche. In der Dusche habe ich ein Problem und zwar ... Der Klempner-Cast. Nein, jetzt mal ohne Scheiß. Ich rufe meinen Vermieter an nächste Woche, wenn ich keine Antwort von euch kriege. Ey, du beschwerst dich nur von deinen Problemen. jetzt erzählen, damit ich auch mal ein bisschen Tipps kriege von den Hörern. Die müssen wir doch auch mal nutzen, diese Plattform. Ich habe in der ganzen Wohnung kein Problem mit warmem Wasser. Aus meinem Badwaschbecken, aus meiner Spüle in der Küche, überall kriege ich mega heißes Wasser. In der Dusche aber kriege ich nur warmes Wasser, wenn ich die voll aufdrehe und dann kommt halt sehr, sehr wenig Druck. Das heißt, früher, vor zwei Monaten oder so, ging das noch super. Jetzt, auf mittlerer Dings, kommt eiskaltes Wasser. Das ist eiskalt. Und das heiße Wasser, das kommt halt mit zu wenig Druck, aber nur in der Dusche. Ich habe kein, ich habe kein, kein Heizungsding, kein, wie nennt man das, Durchlauf, Erhitzer oder was. Das ist irgendwie nicht in der Wohnung, sondern was weiß ich, auf der Etage oder fürs ganze Haus, keine Ahnung. Was kann ich machen? Bitte kurz schreibt mir an redo.ruttfunk17.de oder Twitter oder sonst wo. Ich muss das unbedingt wissen. Schreibt es einfach mal in die Kommentare und wisst ihr, was ihr noch reinschreiben könnt. Leute, bei iTunes, könnt ihr eine sogenannte Fünf-Sterne-Bewertung da lassen und vielleicht sogar schreiben, was ihr so cool findet, was ihr nicht so cool findet. Lest euch einfach mal die Bewertungen durch. Die sind schon relativ witzig. Die sind schon sehr witzig, muss man ehrlich sagen. Und da könnt ihr natürlich Fünf-Sterne geben. Auf YouTube, Daumen hoch, vielleicht den YouTube-Kanal abonnieren, auf Patreon vorbeischauen. Wenn ihr uns wirklich mögt, dann könnt ihr uns auch Geld geben auf Patreon. Ihr kriegt da so ein paar kleine Extras. Und vielleicht, wenn ihr genug Geld spendet, kann sich an redo endlich mal eine richtige Dusche leisten und lebt nicht weiter mit seinen First-World-Problems, mit denen ihr euch nervt. Und dann wird die Qualität dieses Podcasts einfach sehr, sehr weit angehoben. Qualität. Guck mal, wie du redest seit einer Stunde. Und ich möchte euch auch im Namen von Anredo danken, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Viel Spaß in die kommende Woche. Ja, natürlich. Warum? Ich hab noch gar nicht alle Geschichten erzählt vom Dorf. Ja, hast du ja nächste Woche noch. Wie nächste Woche? Ist jetzt zu Ende. Nächste Woche ist CodeCast. Okay, gut. Dann bis nächste Woche. Zum ... Zum ... Das war dein Einsatz. Zum ... Zum ... Wie zum ... Warum denn zum? Zum CodeCast oder zum Rundfunk 17 Podcast? Nee, aber das ist ja separat. Das mach ich ja nicht mit dir. Das mach ich alleine. Oder? Ich weiß nicht. Naja, Leute. Dann war's das mit Rundfunk 17. Leider wie jede dritte Folge hinterfragen wir mal wieder komplett, ob wir weitermachen. Und der große Spoiler, hm, geht es nächste Woche wohl weiter? Oder haben wir uns zerstritten und hassen uns und machen keinen Podcast mehr? Hm, who knows? Ich kann dich nicht leiden. Ich auch nicht. Ich hasse dich. Du bist doof. Oh mein Gott. Du fällst mir ins Wort. Die Geschichten sind scheiße. Haha. Die Woche wird so warm. Alter, ich reiß dich gleich an deinem 4U-Rucksack. Dann fällst du hin, du Hund. Ohne Witz. Und ich in deinen scheiß weiten Garfield-Unterhosen, du Loser. Alter. Leute, enjoy the hot week. Kauft was bei Amazon. Und wir hören uns nächste Woche wieder Montag, 18 Uhr rund 5.17 Uhr. Bye. 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 Bye.